Was ist die Koalitionsverhandlungen? Ein Koalitionspapier erstellt, in dem einiges drin steht. Nun wissen wir aber aus vielen Regierungsbildungen, dass das eben auch manchmal nur Papier und Makulatur sein kann. Denn manches aus Koalitionsvereinbarungen wird nicht eingehalten, wird nicht so umgesetzt, wie man es dort niedergeschrieben hat. Manch anderes kommt hinzu. Also insofern ist das auch nur eine Richtschnur, eine Orientierungshilfe und mehr eigentlich nicht. Die Besonderheiten wären, dass man eben drei schwierige Partner hat, die sich nicht leicht tun, da zusammenzufinden. Und dass wir eben einen Partner haben, der sich jetzt noch nachträglich, also es gab ja dieses Sondierungspapier, was übrigens auch ungewöhnlich ist, der sich aber nachträglich irgendwie profilieren muss, um seine Mitgliederbasis zu überzeugen, dass er der richtige Partner für die Koalition ist. Also ich rede von der SPD. Also insofern ist das eine gewisse Schwierigkeit und es wird vermutlich dazu führen, dass das auch wieder ein sehr langes Koalitionspapier wird, in dem man viele Details hineinbringen muss, auch praktisch alle Politikfelder abdecken muss, damit es nachher nicht heißt, hier habt ihr gar nicht verhandelt oder hier habt ihr nicht darauf geachtet, dass da irgendwie eine klare Formulierung im Koalitionsvertrag drin ist. Ja, also Gespräche gab es natürlich schon immer, wobei man sagen muss, es waren ja in der Bundesrepublik, jedenfalls auf nationaler Ebene, oft Regierungen, also in der ersten Phase, die bestanden aus einem großen und einem kleinen Partner. CDU in der Anfangsphase und der kleine Partner war die FDP, da musste man nicht so viel verhandeln und dann hat sich die Verschriftlichung eingebürgert, aber das waren wenige Seiten. Und wenn wir mal vergleichen, den Höhepunkt lieferte ja der 2013er Koalitionsvertrag ein immens dickes Werk. Das war also zum Beispiel in der Bundesrepublik des 20. Jahrhunderts überhaupt nie denkbar. Aber das lag eben auch daran, große Koalition, große Koalition heißt zwei große Partner, die viel zu sagen haben, die viel zu vereinbaren haben und insofern wurde dieses Ding im Laufe der Jahre eigentlich immer dicker.